Musik Haben Sie bei dem schönen Wetter auch so richtig Lust auf Fahrradfahren bekommen? Ja, oder? Die Natur, alles ist so schön grün geworden und die Blumen blühen, man hört überall die Vöglein zwitschern und dann schaut man aus dem Fenster und denkt sich, ach, es wäre doch so toll, wenn man wieder ein bisschen Fahrrad fahren könnte, oder? Ja, aber oft kann man ja nicht mehr so richtig. Das geht ja eigentlich gar nicht. Da ist dann immer schon nach den kleinen Metern irgendwas mit den Knien oder mit dem Rücken und dann ist das ja auch so anstrengend und dann geht das nicht mehr so. Und diese schönen Fahrräder mit der Tretunterstützung, bei denen es dann wirklich leicht geht, auch bei den langen Strecken, die sind ja richtig teuer normalerweise. Die kosten ja dann gleich 1500, 2000 Euro, haben Sie sich auch schon mal angeguckt in den Prospekten, oder? Ja, hier bei uns bei Pearl TV machen wir E-Rädle bezahlbar, denn wir haben ein super Angebot für Sie. Richtig günstige E-Rädle, klein, kompakt, die können Sie sogar mal im Auto mitnehmen in den Urlaub, wenn Sie möchten. Und da können Sie richtig tolle, lange Fahrradtouren machen, die toll Spaß machen und man ist wieder draußen an der frischen Luft und bewegt sich und kann den Sommer so richtig genießen, oder? Absolut, Kathi, du hast vollkommen recht. Und wenn man die Nase raushält, dann gibt es ja tatsächlich jetzt zu dieser Zeit immer wieder Tage, wo tatsächlich so die Sonne scheint und wo man so rausfällt, Kathi. Und wir sitzen ja beide hier auf unserem E-Rädle, liebe Zuschauer, wir blenden es Ihnen gerade derweil mal ein hier in einem kleinen Video im Detail. Wir sitzen hier gerade drauf und man bekommt einfach richtig Lust loszutreten, das ist es halt. Und du hast es so schön gesagt, Kathi, es ist natürlich auch immer so eine Sache, kann man es denn noch? Und bei diesen Pedelecs muss man ja sagen, man hat halt diesen Zusatzboost, nenne ich es jetzt mal. Man bekommt diesen Schwung durch diesen Elektromotor und muss sich nicht mal mehr die Hälfte anstrengen, nicht mal mehr ein Drittel. Denn die Drehunterstützung auf so einem Pedelec, auf unserem E-Rädle hier, die ist halt wirklich sensationell. Das Ganze funktioniert auf Knopfdruck. Das können Sie selber steuern. Das ist halt toll. Das läuft nicht permanent, sondern wir haben hier so einen kleinen roten Knopf und sobald wir den drücken, ist im Grunde hier die Elektronik aktiv und der Akku, der leistungsstarke Akku, treibt eben unseren Elektromotor, der im Übrigen bürstenlos ist. So sehen Sie es vielleicht noch ein bisschen besser. Hier ist der rote Knopf für ein und aus. Der ist bürstenlos. Und das bedeutet, wir haben hier keinen Verschleiß, das nur so im Nebensatz noch gesagt. Aber dann geht das halt tatsächlich los. Dann kommt so der Schwung und der liebe Kollege Ralf bei uns hier im Sender, der vergleicht das immer ganz schön und auch ganz passend. Das ist wie wenn man beispielsweise als kleiner Junge, kleines Mädchen Fahrrad fahren lernt und der Papi von hinten anschiebt. So ist das. Und dann ist es natürlich ganz toll. Dann hat man Stabilität, weil dann kann man sich deutlich besser aufs Treten konzentrieren. Das müssen Sie natürlich nicht mehr in Ihrem Alter, in Ihrem Erwachsenenalter müssen wir das nicht mehr machen. Aber dieser schöne Schwung von hinten, das ist halt toll. Und dann geht das hier über Land, Kathi. Bei schönem, strahlendem Sonnenschein, die frische Brise, der Wind, der schmeichelt einem so ein bisschen ums Haar. Und man genießt dann die Landschaft. Ja, man kann wieder so richtig schön durchatmen. Man kann sich wieder an den Blumen erfreuen, an den Bäumen. Man kann das schöne Wetter wieder genießen, mit dem Partner zusammen eine kleine Unterhaltung führen, während man fährt. Und man kann einfach wieder so richtig toll durchatmen. Und weißt du, was auch schön ist, Kathi? Du kannst ja zwischendurch anhalten. Du siehst irgendwo ein schönes Plätzchen, eine Bank, dann hältst du an, setzt dich da hin, bleibst 20 Minuten, und genießt einfach mal die Umgebung, die Gegend, guckst dir mal die Blümchen an und dann schwingst du dich wieder aufs Rad. Und naja, dann geht es weiter, vielleicht zum Café oder in ein Restaurant. Ja, schöner Café. Dann hält man ein bisschen an, an einem schönen Biergarten vielleicht auch, macht man ein schönes Päuschen. Ein bisschen lecker, kehrt irgendwo schön ein. Das ist toll, weil man hier mit diesem Fahrrad wieder diese Freiheit hat, die man eine lange Zeit natürlich nicht hatte, weil man da gedacht hat, ich kann gar nicht mehr. Natürlich, da geht es dann irgendwann in die Knie. Da kommt natürlich auch dann vielleicht bei Ihnen im Dorf oder da, wo Sie wohnen, irgendwo eine Steigung. Und da ist man dann gar nicht mehr hochgekommen. Da hat man es dann schon ein bisschen in der Brust oder so. Man hat vielleicht auch ein bisschen Asthma oder so. Da ist man dann schon am Schnaufen. Mit so einem Fahrrad, mit dieser Tretunterstützung, da ist das überhaupt kein Problem, weil Sie ja diesen Akku da drin haben. Und da können Sie ja jederzeit, wenn Sie merken, es wird ein bisschen schwieriger, immer dann draufdrücken. Und dann bekommen Sie diese Tretunterstützung direkt. Zack. Und dann ist ja dieser Schub direkt für Sie da. Und dann weiß man ja auch, ach, das ist kein Problem. Ich schaffe auch die Steigung und ich komme auch immer wieder sicher nach Hause. Das ist ja hier der Vorteil, gerade auch, wenn man Erledigungen mal mit dem Fahrrad machen möchte. Oft ist das ja so, da denkt man sich auch, kann ich das denn jetzt machen? Nehme ich lieber das Auto oder muss ich auch für eine kleine Erledigung jemanden anrufen, der das mit mir macht? Auch so diese kleine Erledigung am Markt oder auch wenn Sie irgendwo einen Termin haben beim Arzt zum Beispiel. Da ist man ja immer auf irgendjemanden angewiesen oder vielleicht auch auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Das können Sie dann mit so einem E-Riedler wieder hervorragend selber machen, weil die Akkureichweite, die ist ja wirklich enorm, die wir hier haben. Da kann man ja selbst dann kleinere Wege wunderbar wieder selber machen. Kathi, das sind tatsächlich knapp 30 Kilometer, 30 Kilometer, das ist eine extrem lange Strecke. Das ist tatsächlich so ein Tagesausflug, den man da absolvieren kann. Und für so eine Tour zwischendurch, mal zum Supermarkt oder zum Arzt, wie du das gesagt hast, ist das einwandfrei ideal. Und wenn das Wetter passt, dann ist das doch eine tolle Möglichkeit. Man kommt wieder raus und fährt dann hier wunderbar durch E-Unterstützung eben tatsächlich mit so einem leichten Anschub und muss sich einfach überhaupt nicht mehr anstrengen. Es geht nicht mehr so sehr auf die Gelenke, aufs Knie. Und man hat natürlich auch viel mehr Spaß, dann so ein bisschen die Landschaft nochmal zu begutachten. Vor allem, man kann vielleicht Familie, Freunde, die Nachbarschaft, die am Dorfende oder am Ende der Kleinstadt wohnt, besuchen und muss nicht das Auto nutzen. Ist doch wirklich eine ganz tolle Sache. Und was auch nochmal eine Erwähnung wert ist, ist in jedem Fall, wir sind hier absolut Straßenverkehrsordnung tauglich. Das heißt, wir haben Beleuchtung vorne LED, Beleuchtung hinten LED. Wir haben eine straffe Bremsanlage, einmal eine Vorderradbremse und natürlich auch die Hinterradbremse. Das ist auch nochmal eine ganz tolle Sache. Und wir haben, und das ist ganz wichtig, finde ich, bei so Pedelecs, wir haben einen Freilauf. Das heißt, die Treter, die Pedale, das ist so, dass die sich nicht mitdrehen und man quasi die Beine so wegmachen muss. Man kennt das, bei Fahrrädern ist das oftmals der Fall. Hier, das Pedelec hat den Freilauf. Das bedeutet, wenn es bergab geht, können Sie ganz bequem Ihre Füße auf den Pedalen lassen. Die drehen sich dann nicht mit. Und das ist halt auch nochmal ein ganz toller Komfort. Wir haben hier auch nochmal, das ist das Schöne eben an einem Klapprad, der tiefe Einstieg. Das Klapprad kann man natürlich zusammenpacken. Das ist eine tolle, tolle Möglichkeit, wenn man sagt, ich möchte mit dem Auto erstmal rausfahren aufs Land und da dann mit dem Fahrrad weiter. So eine bequeme Tour, gerade wenn man vielleicht in der mittleren Stadt wohnt oder in der Großstadt. Da kann man natürlich nicht vor der Haustür losfahren. Da klappt man das einfach zusammen und fährt raus. Aber wir haben, das sehen Sie auch hier schon, diesen schönen, tiefen Einstieg. Das heißt, man kommt hier locker auch nochmal mit dem Bein rüber und wieder zurück. Das finde ich eben auch nochmal eine ganz tolle Sache, wie das gelöst ist. Und das Schöne ist natürlich auch der massive Rahmen. Das ist alles sehr, sehr stabil gearbeitet. Hier sehen Sie übrigens den Akku. Ich kann das für Sie nochmal so hin platzieren. Den Akku von der Seite und auch nochmal ein Teil, das ich Ihnen zeigen kann. Schauen Sie mal, wenn wir ihn so rüberstellen, dann sehen Sie hier, hier ist ein Schloss mit einem Schlüssel. Und das ist eben auch nochmal eine tolle Sache. Der lässt sich abziehen. Und dann kommt der Akku hier nicht abhanden. Es ist auch nochmal so eine Sicherheit, dass hier keiner ran kann an den Akku. Weil diese Akkus, die sind natürlich, das muss man schon sagen, extrem teuer, weil Lithium-Ionen-Technik, das bedeutet ohne Memory-Effekt, das heißt, können Sie immer wieder aufladen. Der verliert nicht an Kapazität. Und vor allem, der Akku ist für Sie heute im Lieferumfang mit dabei. Klasse. Den Preis, den Sie sehen, 569,91 Euro, das ist der Komplettpreis für das Fahrrad inklusive Akku, inklusive Ladegerät. Der Komplettpreis, 569,91 Euro, ist das nicht toll? Weil natürlich, es gibt diese Fahrräder, da kosten die 1200 Euro, da kosten die 1500 Euro. Und oft muss man dann den Akku immer noch separat dazukaufen. Bei uns ist das der Komplettpreis für Sie. Da ist der Akku mit dabei, das Fahrrad, da ist das Ladegerät, alles komplett mit dabei. Andreas hat es gerade gesagt, alles absolut straßenverkehrstauglich nach der Straßenverkehrsordnung. Das Ganze auch hier, Versicherungs- und Führerschein frei, selbstverständlich. Ist wie ein normales Fahrrad, das Ganze. Und dann kommt das innerhalb von zwei bis drei Tagen zu Ihnen nach Hause. Und Sie können direkt losradeln, wenn Sie jetzt bestellen. Also gleich anrufen, damit Sie auf jeden Fall unseren Preis hier bekommen von 569,91 Euro. Weil das ist ja unser TV-Sonderpreis. Der gilt jetzt hier für Sie, in dieser Sendung. Sie sparen unheimlich viel Geld mit unserem TV-Sonderpreis. Schauen Sie mal, wir gucken mal zu pearl.de rüber. Da sehen Sie knapp 600 Euro, was ja schon ein toller Preis ist, muss man sagen. Aber wir haben gesagt, wir reduzieren nochmal einmal um 30 Euro für Sie, dass Sie nur die 569,91 Euro bezahlen. Also einfach so hier, weil Sie jetzt zuschauen, 30 Euro gespart. Und das Ganze auch versandkostenfrei, bis zu Ihnen nach Hause geliefert. Und das ist natürlich toll, wenn man die Fahrräder dann bis vor die Haustür noch geliefert bekommt. Das ist richtig toll. Und dann, gerade auch wenn man sich jetzt mal zwei gönnt, für sich und den Partner. Und bei dem tollen Preis, da hat man dann, ja hier, für unter 1200 Euro hat man zwei von den Fahrrädern zu Hause. Und kann direkt losradeln, weil man die auch noch bis nach Hause geliefert bekommt. Wie toll ist das denn? Ja, absolut toll. Und man sieht hier auch nochmal die Klappfunktion des Klapprades. Auch das muss man sagen. Kinderleicht und ganz, ganz einfach gelöst. Ich finde hier die Technik wirklich grandios mit diesen Klemmschrauben. Auch die Pedale können ein- und ausgeklappt werden. Und dann wird das Rad, hier sieht man auch noch die Sattelstütze. Kann übrigens auch in der Höhe verstellt werden. Und auch hier mit so einer Klemmschraube. Hier sehen wir übrigens die Ladestandsanzeige. Auch für Sie ganz wichtig. Grün voll. Gelb bedeutet eben Mittel und Rot sollte mal geladen werden. Also hier die Funktion extrem toll. Und man hat einen Riesenspaß, wenn das zu Hause ankommt. Ja, Sie werden so viel Freude damit haben. Und Sie können die Natur wieder genießen. Sie müssen nicht mehr am Fenster sitzen und rausschauen und denken, ach, ich würde so gern mal wieder losradeln. Nein, Sie tun es dann einfach mit Ihrem neuen Fahrrad, mit Ihrem E-Rädler, mit dem Fahrrad, mit Tretunterstützung. Die Bestellnummer, die NX 9510 und die 569. Und selbstverständlich, wir bekommen gerade schon ganz viele Anfragen. Sie dürfen auch gleich zwei Fahrräder bestellen. Das ist überhaupt kein Problem. Die werden dann auch zusammen direkt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause geliefert. Und dann geht es los mit dem tollen Radeln mit der Radtour. Sie können uns auch gern mal Fotos oder Videos schicken. Da freuen wir uns natürlich auch immer sehr drüber. Und der Andreas hat uns noch was Schönes mitgebracht. Weil oft möchte man ja auch was mitnehmen. Gerade wenn man so ein Picknick macht oder vielleicht eine längere Radtour. Oder auch die Einkäufe, die wir vorhin angesprochen haben. Und da hast du wirklich was ganz Praktisches für uns dabei. Eben, unsere Doppel-Gepäckträger-Tasche. Und das ist ganz toll. Die ist im Grunde im leeren Zustand. Und wenn sie quasi zu Ihnen nach Hause kommt, dann sieht die so aus. Also auch recht fallach. Wenn man sie nicht benötigt, dann legt man sie einfach. Beispielsweise auch im Kleiderschrank, wo eben Platz ist. Lässt sich ganz toll zusammenlegen. Aber ist natürlich hier, ich habe die mal schon gefüllt, ist natürlich eine tolle Sache. Weil auch kinderleicht. Und du hast halt wirklich immenses Stauvolumen auf beiden Seiten. Was ich auch toll finde, ist, dass hier drauf geachtet wurde. Es sind zwei Reißverschlussöffner hier mit drin. Du kannst also von beiden Seiten hier öffnen. Und hast hier tatsächlich dann auch die Möglichkeit, den Deckel ganz rauszuklappen. Das ist ein richtig tolles Detail. Und auch hier die Öffner. Ganz hochwertig gearbeitet. So, dann schmeißen wir es mal hier über unseren Gepäckträger vom E-Rädle. Und auch das ist hier einfach eine ganz tolle Sache. Wenn Sie sagen, Mensch, E-Rädle, Pedelec, das ist meins. Dann bestellen Sie sich doch die gleich mit. Hier, da passt eine Picknickdecke rein. Da passt der Proviant rein. All das, was man so braucht. Und mit diesen Ösen hier, da wird das Ganze dann zusätzlich eben auch noch befestigt. So, dass das dann hier auch wunderbar sicher auf Ihrem Gepäckträger hält. Und man sieht, was hier alles reinpackt. Ich habe die ein bisschen ausgestopft, diese Taschen. Damit man einfach auch sieht, wie groß das Volumen ist. Da kriegt man gehörig was rein. Ich finde, das ist eine richtig tolle Sache. Eben auch zu dem Preis hier. 18,91 Euro muss man sagen. Also dafür kann man im Fahrradfachgeschäft Gepäckträger-Taschen angucken. Ja, die ist super. Für den Preis, 18,91 Euro, bitte gleich mitbestellen. Da kriegst du einen schönen Wocheneinkauf, gut mit rein. Schön die Badesachen auch mal. Alles an Proviant. Zwei große Taschen. Und man könnte trotzdem ja noch hier, sind ja die aus Sparung frei, könnte man trotzdem noch ein Körbchen hinten drauf machen sogar. Also sehr praktisch. Und Sie haben hier auch gesehen, die Reflektoren sind auch schön ringsherum, sodass sie gut gesehen werden. Ist ja wichtig bezüglich der Sicherheit. Also sehr toll gearbeitet. Auch Wasser geschützt. Also perfekt. Ihre Bestellnummer hier, die NC8917 und die 569 für unsere hochwertige doppelseitige Gepäckträger-Tasche. Ideal. Also die ist wirklich super. Können Sie sich natürlich auch so bestellen, wenn Sie einen Fahrrad zu Hause haben und sagen, ich brauche unbedingt mal so eine Tasche. Und natürlich auch da gleich einzeln oder doppelt bestellen für zwei Fahrräder. Und wo wir gerade beim Thema Picknick sind, auch da haben wir noch ein Highlight für Sie mit im Programm. Da können wir mal mit rüberschauen, oder? Da gucken wir gleich mal, weil Picknick ist da was Feines. Und da möchte man natürlich auch die entsprechend passende Picknick-Decke haben. Und die haben wir hier schon mal ganz gemütlich aufgebreitet. Oh, ist das toll. Und was auffällt, liebe Zuschauer. Oh, die ist ja riesig. Und das kommt bei Ihnen mit Sicherheit auch gut an. Schauen Sie mal, ne? Kathi ist jetzt nicht die kleinste, aber wie groß die ist, ne? Die ist richtig groß. Da hat doch tatsächlich im Zweifel die ganze Familie drauf Platz. Hier mit dem Picknickkorb, alles schön drauf. Und zusammengeklappt finde ich die halt auch ganz klasse, ne? Das ist wunderbar hier mit so einem Tragegriff. Sieht aus wie so ein kleines Köfferchen. Und dann kommt die immer wieder in die ursprüngliche Form. Und dann ist das alles immer wunderbar aufgeräumt und wird dann ganz schnell einfach ausgeklappt. Das Ganze ist natürlich auch abwaschbar, muss man sagen. Noch kann ja immer mal was drauf kommen. Aber hier, das ist ideal. Ganz, ganz klasse. Auch hier haben wir einen ganz tollen Preis. 12,26 Euro. Das ist grandios für so eine Picknick-Decke, die im Übrigen auch hier so eine schmutzabweisende Beschichtung hat. Dass, wenn man die auf Sand oder eben auch auf Gras oder mal auf Erde legt, dass da nichts hängen bleibt. Vor allem mit dieser Beschichtung ist ganz wichtig, oft ist der Boden ja auch noch so ein bisschen feucht, ne? Das ist ganz clever gemacht. Haben Sie gesehen? Die ist auch so ein bisschen wasserabweisend, diese Unterseite. Finde ich immer ganz wichtig. Wir sind zum Beispiel auch oft am Strand. Da ist der Sand manchmal noch morgens, wenn man an den Strand geht, so ein bisschen nass. Oder auch hier der Rasen hat vielleicht mal so eine Restfeuchtigkeit zum Beispiel. Da ist das ganz, ganz toll, wenn man diese Beschichtung unten hat, dass da keine Feuchtigkeit durchkommt. Eine normale Decke oder ein Handtuch, das Sie auch hinlegen, nimmt immer diese Feuchtigkeit auf. Und dann hat man immer diese Nässe direkt und dann natürlich auch die Kälte. Und dann kriegen wir schnell eine Blasenentzündung, gerade wir Frauen. Deshalb ist wichtig, dass man so was mit einer Beschichtung hat. Und dass man auch was hat, was diesen Mikrovlies im oberen Teil hat, um die Wärme dann zu halten. Also schön angenehm, ganz weich, auch schön gepolstert dann auch. Ist wirklich weich, extrem weich. Das ist dieser Mikrovlies. Der hat eine ganz tolle Qualität. Und ich finde ja dieses Muster auch total charmant. Das ist ja dieses klassische Picknick-Muster, haben Sie sofort erkannt. 12,26 Euro. Die bestellen Sie sich jetzt, oder? Gleich ins Auto reinpacken, eine. Vielleicht auch eine für zu Hause, für den Garten mitbestellen. Bei 12,26 Euro. Vielleicht auch eine schöne Geschenkidee für jemanden in Ihrer Familie. Ja, da gleich mitbestellen, weil so eine tolle Decke, haben Sie gesehen, wie klein und schön charmant die ist, wenn man die zusammenpackt? Die kann man doch perfekt mitnehmen. Die ist doch ideal. Also die gleich mitbestellen mit der NX 70, 53 und der 5, 6, 9. Und wir hören gerade schon, das Pedelec, das ist schon ganz stark nachgefragt. Das zeigen wir gleich nochmal, oder? Weil für 569,91 Euro ein tolles E-Redele. Das gucken wir uns gleich nochmal an, dass Sie das nochmal zum TV-Sonderpreis von 569,91 Euro bestellen können. Haben Sie gesehen, wie toll das ist? Und das ist der Gesamtpreis, 569,91 Euro inklusive Akku, inklusive Ladegerät. Und das kommt versandkostenfrei zu diesem tollen Preis zu Ihnen nach Hause. Und dann geht's los mit den Radtouren und zwar ohne Anstrengung. Ohne Anstrengung hier, dank verschleißfrei, nahezu verschleißfreiem Elektromotor, dank leistungsstarkem Akku, Reichweite für bis zu 30 Kilometer. Und hier haben wir tatsächlich auch eine mögliche Geschwindigkeit von tatsächlich 25 kmh, die man da schnell werden kann, wenn Sie das wünschen. Hier die Bedienung wirklich absolut kinderkinderleicht. Aufladen des Akkus kann an der heimischen Steckdose erfolgen, auch hier ganz, ganz toll. Vor allem, Kathi, und das müssen wir nochmal sagen, der Akku ist halt hier in unserem Angebot von 569,91 Euro schon mit drin. Wir haben für unser E-Rädle eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 1300 Euro. Also jetzt zu dieser Jahreszeit extrem stark reduziert. Gerade für Sie jetzt, wenn Sie die Natur genießen wollen, bitte gleich bestellen, damit Sie hier unseren tollen TV-Sonderpreis von 569,91 Euro auch noch mitbekommen. Viele haben schon jetzt bestellt, seien Sie auch direkt mit dabei. Anrufen unter der 0180 51 51 3 mal die 2, die Bestellnummer, die NX 95 10 und die 569 für unser E-Rädle inklusive Akku, inklusive Ladegerät. Und dann können auch Sie ab jetzt ganz toll losradeln. Tschüss.